Warum was machst du? Muss mit dem Hund noch raus. Okay, los. Was war das? War das Reisen? Da haben wir ja 5 Stück oder so. Puck, 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 Puck. Da ist die 5. Krass. Sehr gut, Jungs. Und jetzt auch mal gewonnen. Nach 3 Niederlagen ist das natürlich positiv. Befehlen wir jetzt hier? 3, 2, 1, Warte mal. 3, 2, 1, Bonze beginn, go! Willkommen zurück, Freunde, bei der neuen Episode von Rainbow Six Siege. Ja, wir haben in der letzten Episode abgeräumt. Der Tobi hat das Sägewerk ausgetackt. Und wir sind wieder zurück nach 3 Niederlagen. Das erste Mal gewonnen. Aber jetzt wollen wir natürlich weitermachen. Wir wollen natürlich den zweiten Win einfahren und das Ding jetzt los. Ich hatte es ja erklärt, ne? Also die Leute haben sich ja gewünscht, dass wir verlieren. Deswegen haben wir halt jetzt heute mal gesagt, oder bei der letzten Folge haben wir dann gesagt, jo, ist gut jetzt, jetzt können wir auch mal wieder normal unser Skill zeigen, ne? Der ist natürlich unbegrenzt. Ich muss mich auch echt zurückhalten. Ja, ich muss... Ja, der wahre Ben, ne? Das ist schon gefährlich. Es gibt auch einen unwahren Ben. Ja, den ist ja. Ich glaub, ganz oben ist Action. Ben hat mehrere Gesichter. Ja, oben ist Action auf jeden Fall. Ja, ein Störi Curry. Störi. Störi. Störi sitzt da drin. Wacht'n der Störi? Stört der? Scheiße. Ja, aber die sind aber oben. Jo, Mann, übers Ziel gehüft, ihr Muddeln. Hab' ich auch alle, Curry. Ja, ja, da kannst du drüberhüften, ey. Ja, die haben's jetzt zerstört. Schade. Aber wir haben das Ziel gefunden. Wir haben das Ziel gefunden. Und das ist nur sichern, das ist super. Es sind übrigens nur vier Gegner. Ja, das ist schon scheißegal. Einfach volle Konzentration. Nein, das ist nicht scheißegal. Ey, ich hab'n Hammer dabei, äh, Granaten und jetzt ab die Posch. Mh, wirst du den Leuten... Dein Torhammer an den Kopf, oder was? Haha, boah, wie geil, wenn man den schmeißen könnte, Alter. Kommt ja wieder zurück, Alter. Ja, genau, also. Weißt du, voll die Spezialeinheit, er wirft erst mal mit Mama rum. Hammerwerfen, oder was? Patrick, pass' auf, ne? Ah, hier ist nur ein Weihnachtsbaum, sieht verdächtig aus. Aber soweit ich weiß, sind... Nein, Patrick! Wie die sich, wie die das Fenster immer vergessen, ne? Alter, das ist echt ein Witz. Ja, das ist gefährlich, das ist... Ah, ich bin tot, aber ich habe einen mega angehittet, der liegt da. Ah, was ich gemacht habe war nicht gut, ich weiß. Okay, Patrick, ich werf mal eben die Kamera da rein. Boah, Alter, der muss ich so aufgeregt haben. Ich werf mal eine Granate rein. Ich hab' eine EMP-Granate, warte mal. Weil, wenn ich jetzt sterbe wegen der... Alles gut, alles gut. Yo, Alter, zehn Punkte, ey. Mann, ey, ich muss ein bisschen defensiver spielen. Yo, Alter, 30 Punkte. Äh, Ben, du kannst, ähm... Bist du nicht im Casino? Einer ist an der gepanzerten Tür, Ben. Der liegt aufm Boden. Ich weiß nicht, ob der inzwischen wiederbelebt wurde. Wer hat die Blend geworfen? War das nicht, ey? Äh, der hat in die Ecke rein geworfen. Zack. Boah! Wo ist der? Wo ist der? Der liegt da immer nach, wo Dennis gesagt hat. Ja, in der Ecke liegt der. Alter, ich hab' den Finger schon drauf gehabt, ne? Er oder ich, ey. Scheiße. Okay Leute, drei gegen zwei. Haha, Patrick. Entschuldigung. Kommt einer von der anderen Seite. Äh, ich geh, ich geh, ich geh. Pass auf, das ist ein Loch unten, Tobi. Was von der anderen Seite? Also genau. Okay, da liegt ne Tobi, oder? Unten in der Wand. Rechts von dir. Pass auf. Tag. Nur noch einer, Freunde. Das ist nur noch der hinten. Da ist der Abstand. Ab in den Kühlraum. Tobi, wir können überall lang. Kamera über dir. Tobi, rechts. Rechts über mir, hä? Warte hin. Gut, dann nachts nutzt ihr dir erstmal Zigarre an, wa? In der Lounge. Jo. Hm. Ich komm doch auf die anderen Seite hier, ey. Ich hab'n Bock hier drüben zu sein. Okay, Patrick, warte mal kurz. Ach, der ist da gefangen, ey. Der muss links sein, oder? Der ist hinten links in der Ecke. In der Ecke, hinten links in dem Raum. Der ist hier links, oder was? Der ist hier links, oder was? Der ist hier links, oder was? Der ist hier angekrochen gekommen. So. Mein, der müsste aber noch da liegen, ey. Aber ich weiß nicht. Kann ja nur. Jo, Jo, doch. Hast recht, hast recht, hast recht. Okay, ich renn rein und blend den und dann kommt ihr direkt rein, ja? Moment, lass mich die gerade aus und blend. Nein, scheiß auf Granat. Ich bleib den weg, Alter. Nein. Ja, du wirfst die doch eh da hinten hin. Okay, go. Boah, ich lass mich. Boah. Nice, Curry! Nice, Mann. Zauber. Doge, du bist in Style, doge, du bist in Style, doge, du bist in Style. Sehr gut. Ja, der weiß schon, wie man das Ding einsetzt. Gutes, glaube ich, das war. Hä? Boom. Ah, super, ey. Wir wollen mal alle Aussagen vom Ben komplett aus dem Zusammenhang reißen und mal zusammenbauen. Was hat der vorlos gesagt? Der weiß, wie man das Ding einsetzt, hat er gesagt. Ja, Riser wahrscheinlich auch. Ah, da gehen die erst mal wieder raus, ey. Dass die immer so alle, weißt du, dass die immer sich so alle gekränkt fühlen, wenn wir mal eine Runde verlieren. Weißt du, so oft wie wir abgeloost haben, wir hätten so oft rausgehen müssen, aber nein, Team Guys, weißt du? Team Guys. Sogar für das andere Team. Der Fakt ist aber, Curry. Entschuldigung. Der Fakt ist aber, dass wir ja mehr gewonnen haben als verloren. Klappe! Hä? Ich wollte euch nur daran hindern, etwas anderes zu behaupten. Ne, ist ja eh gelungen. Ne, wir lasst uns einfach von solchen Niederlagen oder Rückschlägen nicht unterkriegen, Mann. Aber hier gibt es keine Statistik, ne, wo man mal gucken kann, wie man... Doch, doch. Von jeden einzelnen Operator. Das war aber nicht eine Gesamtsstatistik, oder? Nein, ne. Es gibt, glaube ich, nur eine Gesamtsiegsstatistik. Bei Battlefront habe ich da auch so 50 Folgen jetzt bald und habe heute erst mal gemerkt, dass du deine Statistik angucken kannst und so. Sehr gut. Ähm, okay, dann bleib ich hier hinten. Ne, warte mal, der Nitro Handy-Worbit hat jetzt hingedroppt. Okay. Dennis, ich mach die Tür, ne? Ja, ganz easy. Die sind nur zu zweit, ne? Oh, na. Ja, trotzdem müssen wir jetzt, äh, gewinnen, ne? Wir müssen die Runde erst mal reinholen. Ja, die Runde erst mal reinholen. Das ist einfach so schön, als wären sie zu viert. Oder für mich. Aber der erste ist tot, oder was? Ne, der ist noch nachgekommen. Ne, so glaube ich besser, der ist genau zu spät reingekommen. Okay, Jungs, da wollen wir mal hören. Störsender wird aktiviert. Ja, hier. Wo ist hier? Ich habe hier irgendwas gehört. Hier, ich markiere. Entschuldigung. Okay, sehr gut. Falls ihr die Markierung nicht direkt seht, unten habt ihr rechts ein Radar. Da seht ihr direkt diesen gelben Punkt. Ach ja, stimmt. Ist mir gar nicht aufgefallen. Dort ist es. Ich sehe, das spielt jetzt mit ganz anderen Augen. Seid ruhig. Jungs, hört mal auf euch zu bewegen, damit wir die Steps von denen hören. Der Ben hat immer einen Flummi im Arsch, Alter. Ganz ehrlich. Ja. Nicht nur einen Flummi. Du kannst auch mal in der Position sitzen. Kannst du vergessen, Alter. Doch, weil du mal hören musst. Dann ruhig. Der läuft weiter. Bewegen ist hinterher. Ich suche nach Feinden. Über euch ist auch eine Klappe, ne? Ja, die habe ich im Blick. Okay, sehr gut. Mäßig, oder? Ja. Ah, Tobi. Ich setze den Sensor ein. Egal. Epilepsie. Ja, sag mal ruhig. Was machen die? Komme ich hierher, oder? Aus der Richtung, ne? Herzschlag-Sensor aktiviert. Sicher, Ben? Vielleicht sind die untätig, oder sonst was. Nee, hier ist was neben mir irgendwo. Ein wildes Dennis. Und da ist hinter der Bronzer, ne? Ich cover dich. Sehr gut, okay. Haben die das Ziel überhaupt gefunden gerade? Nö. Dann positioniere ich mich mal lieber um, ey. Ah, hier ist einer reingekommen. Hier. Hier ist einer auf jeden Fall. Und du? Cover da Dennis, genau. Ich cover die Treppe, Ben. Sobald einer hofft. Die kommen... Sehr gut, Leute. Ja, da ist einer, Ben. Pass auf, ich bin tot. Komm, direkt die Treppe hoch. Ist nicht drauf. Tobi, ich brauch Dings hier. Schutz. Cover mal die rechte Seite. Patek, pass auf. Ich hab hier... Alles gut. Alles easy. Face ihn lieber nicht, Patek. Ich kann leider nicht markieren. Ich kann leider nicht markieren. Ja, ja, der ist hier. Hat mir zum Glück nichts abgezogen. Ah, ganz unten ist auch einer. Ich hab markiert. Habt ihr gesehen? Ja, ja, ich hab ihn. Sehr gut, Dennis. Achtung, kommt rum gleich. Ja, ja, ja. Hätte die Kamera kaputt gemacht, ne? Ja. Ja, ja. Hinter dir, Patrick. Du bist auf der Seite von Curry. Hm. Was macht ihr denn da? Äh, Treppenhaus. Da bin ich leider nicht ganz erwünscht. Ein Gegner bleibt. Äh. Einen hab ich. Nice. Sauber. Siehste, da hätten die uns fast geholt, Alter. Was wir mal machen müssen, ist, wenn einer tot ist, oder mehrere, die können dann den anderen, den Lebenden, äh, ansagen, wo die sind. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, natürlich. Kameras benutzen, natürlich. Klar. Weil wir ja gar nicht angespannt sind. Wir können aber nur den Sound hören. Ja. Ja. Und die Kameras, genau. Ja, stimmt. Jetzt sind wir aber wir full team, ne? Also jetzt... Jetzt wird sie das spannend. Komm, Leute, eine Runde noch. Das war schon auch spannend, ne? Eine Runde noch. Ja. Ja, Rainbow tut sich da nicht viel, ne? Also, die Runden sind meistens spannend. Ja, vor allem zwei Leute sind auch leiser, ne? Da weißt du halt gar nicht dann, wo kommen die? Ja, und, äh, Rainbow ist ja eine gute Sache. Denn, äh, Rainbow ist ja von Tom Clancy. Und Tom Clancy macht auch The Division. Und das werden wir natürlich auch bei uns allen auf dem Kanal spielen, hoffe ich. Also, ich auf jeden Fall. Das ist das neue Game und Tom Clancy, dieses Drogen-Game da. Boah, dieses Ghost-Suite, Alter. Ja. Ja, Mann. Da bin ich heiß wie für den Vertrauen. Okay, warte. Erdgeschoss zwei Leute. Ich bin ja nicht mal wieder von Splinter aus der Erde. Ja, Erdgeschoss ist Action, ja. Und gerüchterweise heißt es ja, dass es dieses Jahr für alle Gamer da draußen kein Assassin's Creed geben soll, sondern einen neuen Watch Dogs Teil. Und der nächste Assassin's Creed Teil soll 2017 kommen und soll in Ägypten spielen. Weißt du, was das geil ist? Nee. Das habe ich in meiner zweiten Syndicate-Folge gesagt. Nicht Erdgeschoss, Leute. Als ich den Inder da gesehen habe, habe ich gesagt, das spielt in Ägypten. Das ist geil, oder? Das ist der erste Film, der auch in Ägypten spielt jetzt. Nein, der Film spielt doch nicht in Ägypten. Wo denn? Also gedreht wird auf Malta und das hat ja nichts mit Ägypten zu tun. 5 Sekunden. Und Michael, ich habe letztes Mal... Ich habe letztes Mal eine Szenen gesehen, ja, ja. Das lustige ist, der Curry und ich, wir wurden eingeladen tatsächlich, äh, zum Set zu kommen mit, äh, mit Michael Fassbender da. Ja, das haben wir auch geschickt, äh. Ah, schade. Wir haben es leider zeitlich nicht geschafft, ey. Aber... Schöne Sache auf jeden Fall. Hätte ich mir begeistert. Komm, 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 komm. Vielen Dank nochmal an Ubisoft, ey, für die Einladung. Habt ihr das Ziel gefunden? Nee, ne? Vielen Dank für dieses Spiel, Mann. Für dieses Spiel hier, dass wir gerade spielen. Curry, hey. Ja, wenn ich jetzt noch einen Server drauf nehmen würde. Wir haben auch Curry nicht. Leute, habt ihr gehört? Ich glaub, ich glaub, die sind, äh, erster Stock. Ich weiß es aber nicht genau. Egal. Ich geh da. Ey, ich bin festgeglitscht, Mann. Was war das denn? Boah. Also manchmal, äh... Alle wollen jetzt wieder abräumen, ne? Jawoll, 10 Punkte. I'm in, ladies. Alles ist aber... Okay. Ja, die sind hier unten irgendwo, ne? Nee, nicht da. Also nicht in dem Stock, sondern einen drunter, glaub ich. Ich hab grad Schock grad zerstört, Kamera zerstört. Jungs, ich bin hier unten. Kommt runter. Ich steh hier unten. Hallo. Kommt runter. Wir sind eine Etage tiefer, ne? Außer den Aussie, oder was? Ich hab mal ne Luke hier freigemacht, Jungs. Ich hab hier auch ne Luke. Ich könnte die sprengen. Wenn ich was hätte. Brauchst du nicht sprengen, Tobi. Geh mal weg da. Papa kommt. Sollen wir hier die Luke machen? Tobi, geh weg. Macht er denn da? Na ja. Na ja, aber... Lola! Boah, ich trau mich jetzt noch nicht da runter. Okay, ich mach gut. Ohne, warte. Genau, dann mach. Okay, da hinten ist Action. Da ist alles gesaved. Lockdraht zerstört. Das ist der Lokomotivenraum. Vorsicht, Curry. Direkt rechts um der Ecke ist einer hier. Wie sieht's aus? Kann ich da noch hier? Ist da sonst noch jemand drin? Der kommt, der kommt. Ben, war da sonst noch jemand drin? Nein, nur einer. Hier, komm. Oh, Alter! Alter! Was macht ihr denn, Alter? Der springt direkt in meine Laufbahn, Alter. Alter, ich mach jetzt hier die Wand weg. Ich war doch schon... Oh, Alter! Entschuldigung, Bronze, Entschuldigung. Hä? Wer kommt hier? Der kommt, der kommt, Alter. Okay, Leute, komm, komm, komm. Alter, wer läuft mir vor meine Waffe? Ganz ehrlich, wer war das? Bronze, bist du von allen guten Geistern verlassen, Alter? Ist da jemand drinnen, Bronze? Ja, ich hab grad einen rüberjumpen sehen in der Bronze. Ich baller auf den in der Bronze. Ja, das ist, weil jeder den Kiel haben muss. Nee, ich hab den... Weil wir alle auf einer Position sind. Okay, ruhig, ruhig, ruhig. Komm, egal, ruhig jetzt. Die Curry rein oder nicht? Ist da jemand drin in dem Raum? Bobby, sag mal, wo bist du eigentlich unterwegs? Weiß ja nicht. Eben war einer drin. Ich weiß nicht, ob da noch einer drin ist. Ich geh von links, du gehst von rechts. Hinter dir, Kevin. Hier ist keiner drin. Boah, die haben Nitro-Handy hochgeworfen. Ich hab's hier gefunden, Kevin. Genau, genau. Okay, Patrick, sehr gut. Sag Bescheid. Komm rein, Tobi, komm rein. Guck mal, Leute, hier sind die hier. Ich hab markiert. Hier hinten ist auch noch ne Tür, wenn die einer sprengen will. Patrick, safe. Ah, okay. Habt ihr gehört? Die haben sich darauf fokussiert, wo ich markiert hab. Kann einer diesen Störer... Dann mach ich folgendes. Der muss doch irgendwo hier oben sein. Dennis, komm mal her. Über den ist ne Klappe, da geh ich jetzt rein. Mach die hier platter, die Tür gleich. Dann können wir hier rein. Hey, ich riskier mich. Bereit? Tobi mal außer die Kiste. Komm, Tobi, du brauch nicht. Drei, zwei, eins. Nice. Und rein, und rein, rein. Hier ist niemand. Alles gut. Patrick, wir bei denen die Tür hier. Boah! Smoke, ja. Ich komm hier nicht mehr raus. Alles gut, alles gut. Bin drin. Hab einen, hab einen, hab einen. Ich hab auch einen. Dennis, komm mal zurück, bitte. Ich bin getroffen. Oh, 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 okay. Super. Komm doch auf die Beine, Patrick. Go, 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 go. Der ist in dem Waggon, ist er drin. Okay, im Waggon, im Waggon. Hol ihn euch, Leute. Der liegt da, der liegt da. Der ist fast tot, der ist fast tot. Ich hab ihn gestürbt, Mann. Nice, nice, nice. Ja, mega, ey. Das haben wir sehr gut gemacht, ey. Das haben wir sehr gut gemacht. Guck mal jetzt. Super, ey. Was war da los? 2 Minuten in Folge gewonnen, ey. Da kann man doch auf jeden Fall drauf aufbauen. Ja, ey. Das merkt man aber so bei uns mittlerweile. Wenn die Konzentration einmal da ist, geht das locker. Ja, immer die späteren Runden dann, ne? Ja, komisch, ne? Das heißt, wir können ja jetzt noch eine Runde machen, Leute. Oder nicht? Ja, der Tobi, der muss doch da pipi, ey. Ey, Leute. Wir können ja den Deal machen. Heute geht die Folge halt... Oh, ich geh mal raus. Ne, geil. Heute umfasst die Folge diese Länge. Und die nächste Folge geht dafür wieder doppelt so lang. Oder? Nächste Folge machen wir Ranked, Alter. Ja, Mann! Das war eine Ansage, Ladies. Das war eine Ansage. Gut, dann gehen wir raus hier, ne? Ihr könnt euch die Eier kauen, Leute. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Die wird dann extra large. 3 Stunden, ja. Ein kleines Paket zur Freude. Denn der Tobi, der muss auch mal an die frische Luft. Und ist ja auch noch krank, muss man dazu sagen. Eine gute Besserung von Tobi. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Rainbow Six. Danke, dass ihr zugesehen habt. Und danke, dass ihr immer noch an uns glaubt. Bis dahin. Tschüss! Tschüss, Freunde! Tschau!